Es ist wieder schön auf dem Platz zu stehen, auch wenn es heute der Kunstrasen war. Trotzdem hat es wieder Spaß gemacht, an den Ball zu treten und zum Reinkommen war die Einheit auf jeden Fall sehr gut. Ja, entspannte Tage verbracht, die Weihnachtstage und das neue Jahr. Das können wir mit gestärkten Körpern reingehen. Wir wollen jetzt schauen, dass wir uns fit machen, 100 Prozent, dass wir hoffentlich keine Verletzten haben in der Vorbereitung. Das ist natürlich auch sehr wichtig, um dann am ersten Spieltag aus den Vollen zu schöpfen. Wir haben jetzt morgen einen Laktattest und dann geht es ganz normal weiter mit dem Training. Am 9. gehen wir dann ins Trainingslager, haben dort top Bedingungen und freuen uns natürlich auch darauf, dass wir da wieder einen schönen Rasen haben und zusammen sind. 3 4 3 4 5 Bis zum nächsten Mal.